Für den 13.07. schauen wir in das Kartendeck mit unseren schönen Kristallen. Ich habe auch hier einen Karneol gleich mit dabei. Schauen wir mal, was wir für einen Stein bekommen heute. Ich würde ja lachen, wenn jetzt der Karneol rauskäme. Wir haben heute den Malachit für das Verständnis. Ich hoffe, ihr seht das. Malachit für Verständnis. Vielleicht geht es darum, sich selber zu verstehen. Es muss nicht immer darum gehen, eine Situation oder andere zu verstehen. Manchmal geht es auch darum, einfach sich selbst besser kennenzulernen. Und dabei kann uns der Malachit ganz wunderbar helfen. Er hat 27 als Zahl. Wenn man das herunterbricht, ist man auf einer 9. Das heißt, man ist hier auch in einer Nummer oder in einer Zahl. In der Numerologie ist die 9 auch sehr erbandend. Also da ist eine Fülle vorhanden. Und dieser Stein führt uns eben nicht nur zu Verständnis, sondern auch dazu, dass wir die Situation als Ganzes erfassen. Anstatt nur jeden einzelnen Baum zu sehen, sehen wir auch den ganzen Wald. Ich wünsche euch damit ein schönes Tag. Und bis bald. Tschüss. Und bis bald.